Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video und natürlich, wir spielen mal wieder den Schatten Royale Modus oder auch Shadow Royale auf Olympus After Dark. Und ja, so ziemlich verwirrend und komisch und cringe diese Anmeldung war, nehmt das Ganze an Cringeness, was gerade schon vorgefallen ist, nehmt es mal 1000 und das war diese Runde. Ja! Darf ich eine Sache noch sagen? Sag! Du darfst alles sagen, was es dir begehrt. Ich habe das Gefühl, dass die Route in diesem Modus immer die gleiche ist, wie man fliegt. Stimmt jetzt, wo du es sagst. Nein, stimmt nicht. Also wir sind nochmal schon von da gekommen. Glaube ich. Nein, nein, nein. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Okay, kann sein, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es immer die gleiche ist. Ist egal, wir gehen jetzt hier schön in Oase. Da kann nichts schief gehen. Schöner Spot. Schön beleuchtet, vor allem bei Nacht sieht der sehr, sehr gut aus. Wow! Und es kommt ein Solo mit. Wollen wir den boxen? Komm, wir boxen den. Der dreht ab, schade. Ich dachte, er will sich mir offenbaren, aber offenbar will er das nicht. Wieso kommen mir so viele Fuses vor? Ist der so gut in dem Modus? Nein, so. Bei mir ist jemand gelandet. Oh, ist doch ein Bogey gelandet bei dir. Hallo. Luis, bei dir ist ein Bogey gelandet. Hallo! Bogeyschild ist geknackt. Mach halt mal was. Bogey am Boden. Bogey am Boden. Hä, wie? Ja, Bogey am Boden. Wieso ist der jetzt am Boden? Du sollst ihn doch nicht töten, hat doch keiner gesagt. Oh Mann, zu spät. Shit. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Bogey so arbeiten. Hier ist er nur Müll. Was soll ich denn sonst machen? Ähm. Hier liegt ein Havoc auf dem Boden. Du könntest mit ihm doch grillen. Also, ja. Ich habe ihn gegrillt mit meinem, äh, mit meinem Jetpack. Wow. Als ich ein Finisher an ihm gemacht habe. Okay. Hier liegt ein Havoc auf dem Boden. Ein Havoc. Du bietest mir ernsthaft ne Havoc an. Die ist im Crafter. Mir! Deswegen habe ich... Ach, egal. Ja. Dass du dich nicht schämpfst. Dass ich mit ihnen rede, Herr, äh, Johannes. Du warst schon. Dein Ernst jetzt? Das war immer schlimmer. Wollen sie meine Air 301 haben, damit sie endlich zufrieden sind? Nein. Ihr Mundwerk schließen. Ne, sowas brauche ich nicht. Okay, schade. Hey, hier ist auch schon gelootet. Wahnsinn. Okay, wir sollten, glaube ich, mal... Gibt es hier Tridents? Lol, gäbe es sogar. Ja. Ich glaube, wir sollten mal in Estates kurz mal reinluschen, mal Hallo sagen. Death Time. Okay, cool. Das ist neu, oder? Dieses Plakat. Ja. Das ist neu. Auch da. Die in the Oasis. Ja, schau mal. Also, der Mond sieht schon geil aus. Aber ich würde es halt fühlen, wenn das... Dieses, was hier gelb ist, wenn das blau wäre. Das würde geil aussehen. Nein, nein. Nein, so ist viel besser. Du hast keine Ahnung von diesem Spiel. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung vom Leben. Du warst nicht recht nett. Oh mein Leid. Was hier ist, was hier ist, was hier ist, was hier ist. Hab ich gespottet. Hä, wo? Da auch. Oh, oh, oh. 35. 55. One Shot. Oh nee, Alter. Jetzt... Du kannst ihn killen, ja? Weiß nicht, wo er ist. Vor mir. Ich bin tot. Ich komme. Ne Maggie. Ne Maggie. Hier ist ein Idiot. Wo eine Rampart, die cool ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ich bin tot. Cracked. Okay, cool. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh. Hi. Na, alles klar? Hallo. Nö. Die sind oben, ne? Ist dir schon klar? Ich bin tot. Ach, cool. Hast du gut gemacht. Ja, ich weiß. Nein, nein, er hat den Hemlock, er hat den Hemlock, er hat den Hemlock. Komm, bitte, stehst du auf. Hi. Er verbarrikadiert sich hier. Irgendwie. Sehr, sehr schön. Würden Sie mich bitte wiederbeleben, Herr Johannes? Ja. Dankeschön. Ich bin tot. Nein. Hä? Loll, er hat er, er hat er, er hat er, er hat den gekillt? Wow. Ja, anscheinend schon, er ist der Beste einfach, er ist einfach besser als wir beide zusammen. Das habe ich sofort gewusst, bevor er überhaupt in unsere Runde gekommen ist, habe ich das schon gewusst. Ja, natürlich, wir wussten, dass der nächste Fuse der einfach der Beste ist, genau. Ja, genau. Soll ich die goldene Longbow irgendwie behalten? Ich glaube nicht, ich glaube, das ist eine dumme Idee. Pain, du magst Longbow nicht. Ja, eben. Flatline. Da ist mein gewohntes Terrain. So, jetzt quält mir das schon deutlich besser. So, das heißt aber jetzt eigentlich, ich brauche einen Zweierskopf. Ich möchte dir eins geben. Hier ist ein Arm. Ach, der hat uns einen Arm verloren. Ich möchte dir einen Zweierskopf geben. Nein. Ich habe gesagt, ich brauche deine Geschenke und Almosen nicht. Okay. Nimm die nicht an. Mir egal. Tut mir da natürlich leid für dich. Ja, natürlich. Und dein Problem. Ist nicht mein Problem. So, wo sind jetzt die ganzen Leute? Es leben nur noch 26. 27 Player. Das ist ein bisschen wenig. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist geil. Warte. Ich komme sofort. Houston. Bitte starten Sie nicht ohne mich. Hi. Gut, wir nehmen den Jump Tower. Ich wollte natürlich nur gucken, ob hier irgendwelche Menschen sind. Natürlich, natürlich. Ich glaube, welche gesehen, aber ich weiß nicht mehr, worauf da oben. Natürlich. Die haben gerade irgendwie Jump Pad verwendet. Die wollen da sich hochpacken. Was ist da denn los? Diese Cheater. Cheater. Da sind aber zwei, zwei, zwei Schamboot. Ja, ja, zwei Shadows. Shadow Royale. Hi, na, alles klar. Mr. Prowler, alles klar bei dir? Er geht durch den Face-Dings da. Wow. Das hat er gut gemacht, unser Fuse. Also nicht. Ja, total. Da kommt was raus. Useful. Was? Ein Schatten. Nice. Hä? Yeah. Kommt wieder wer? Ja, ja. Das ist eine Wraith? Er geht wieder rein. Ich gehe rüber, ich gehe rüber. Er kommt eh wieder zurück. Ich komme sofort wieder. Warte hier. Warte dir, ja. Er kommt. Ich warte hier auf der Seite jetzt. Okay. Oh. Vielleicht auch nicht, weil da ein Team ist, aber ist egal. Ich kriege es. Ich bin einfach besser. Woo. Na, der ist One-Shot, aber der kommt wieder zurück. Ja, war klar. Und die Range von den Schatten ist ein bisschen overpowered. Schaffst du es? Ah, bin down. Das reicht. Sehr, sehr schön. Soll ich zu dir kommen? Nee, nee. Was sollst du zu mir? Ich mache hier noch ein bisschen Pressure. Ich mache hier noch ein bisschen Action, Drama und Comedy, weil das macht mir Spaß irgendwie. Oh. Ich bin sicher, dass ich hier nicht lebe. War eine gute Nate. Das war eine sehr gute Nate. Ich bin, glaube ich, tot. Ja, ich bin tot. Ich bin sicher, dass ich mich zurückbekommen soll. Nee, bin ich tot. Ich lebe. Komm einfach mal zu dir. Äh, wir sollten weg hier. Wir sollten hier dringend weg. Da ist eine Ult vor. Komm nicht zu mir. Zu spät. Zu spät. Egal. Ich bin direkt wieder weggegangen. Unser Fuse ist tot. Das ist nicht so gut. Aber er ist nicht... Geist. Dann Schatten. Schatten, nicht Geist. Dann. Hä, wo ist er denn gestorben? Da bei uns? Drüben. Nö. Loll. Die Frage ist, sollen wir zurückgehen? Nee, können wir nicht. Das ist Out of Zone. Das wäre dumm. Oder? Sehr dumm. Okay, er ist in Schatten. Er ist in Schatten. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, okay, okay. Das tut mir leid. Wir haben ihn jetzt ein bisschen geopfert. Aber egal. Er muss ja unbedingt mitgehen. Ich glaube, er ist nicht zufrieden. Ist egal. Wenn man mal in den Chat guckt. Wieso? Hm, nichts. Alles gut. Okay. Ja, die da drüben haben... Irgendwie ein bisschen... Oh, goldene Scope. Oh, yes. So. Und jetzt? Wo sind sie alle? Wo sind sie, die Lümmel? Ich sehe niemanden mehr. Wollen wir vielleicht weggehen? Oh, ja, ja, ja. Freilich. Natürlich. Aber er kann nicht mitfliegen. Das ist ein Problem. Ach, egal. Wir rocken das auch zu zweit. Tschüss, Fuse. Viel Spaß. Wir sehen uns dann später. Tschüss. Der Arme. Der Arme. Da fliegen wir rein. Kein Package? Die von stürmischer See, flüssiger Lava und innere Flutungen verbleitet werden. So, zack. Hier haben wir ganz elegant durch. Ja, funktioniert da prima. Haben sie wieder gut programmiert hier. Boah. Entschuldigung. Was war das denn jetzt? Das war mein... Ich renke mich auf Schrei. Weil wir gehen out of zone. Ja, ja. Habe ich mir gerade auch gedacht. Das ist eigentlich nicht so schlau. Egal. Da müsste das andere Team sein. Irgendwo. Da. Und da ist ein Care Package. Und da ist eine Mastiff drin. Was da drin sein könnte. Eine Mastiff. Wirklich eine Mastiff. Läubelst du die? Ich würde sie gerne nehmen. Ja, nimm sie. Ich treffe mit dir ähnlich. Zweiscope geben. Doch, normalerweise schon, aber... Willst du Zweiscope? Äh, ja, gern. Aber wir müssen in die Zone. Ich nimm's dir mit. Wir müssen in die Zone. Wir müssen in die Zone. Habe ich dir mitgenommen? Ja. Zone, Zone. Wir müssen in die Zone, Zone. Okay. Ich weiß nicht, was ich vor der Runde genommen hab. Ich soll's vielleicht wieder nehmen. Nicht zu viel. Oh nein, ich krieg Damage. Aua. Aua. Da vorne feiertes Team. Diese komischen Affen, die mich da belagert haben. Wie Belagerungsmaschinen. Jetzt sind wir in Clash of Clans. Was zur Hölle? Das ist nur falsch mit mir. Wir müssen uns da einmischen. Ich will mich da einmischen. Ich will mich da einmischen. Einfach nur aus Prinzip. Weil die uns so genervt haben, nerven wir die jetzt. Okay. Warten Sie, ich kann ihn ein Zweier. Nein, ich will er. Nee. Okay. Oder nicht. So. Süßes oder Sau, das sag ich dazu nur. Hier. Der Fuse hat Rage-Steal. Wir müssen ihn killen. Hast du genommen? Nein, nimm dieses blöde Zweier-Scope. Wieso mein Blöde? Du hast gerade gesagt, das ist blöde Zweier-Scope. Soll ich nehmen? Das ist aber deine Aussage. Gerade eben. Hier ist noch wer. Ja, ich habe es bemerkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer nimmt das Zweier-Scope nicht? Ich kann nicht helfen. Ich muss mir aber helfen. Tschüss. Hast du es geschafft? Ja. Wow. Ich bin einfach besser als du. Du bist mein Vorbild. Was? Okay. Das ist unerwartet. Hä, wo ist denn das Red Shield? Ach, hier. Ich habe schon ein... Hä? Wieso habe ich das... Hä? Ah, okay. Ich blicke irgendwie nicht mehr durch. Das ist mir jetzt alles ein bisschen zu hochkomplexer als ein Zweier-Scope. Oh, ich bin gesnipet. Warum lässt du dich eigentlich schon wieder snipen? Warum? Also jetzt mal wirklich ohne Spaß. Kannst du dir das wirklich erlauben, dass du gesnipet wirst? Ich glaube nicht. War einfach leise. Warum muss ich jetzt wieder leise sein? Weil das besser für den gesamten Spielfluss ist. Okay. Wenn du deinen Mund... Okay. Geschlossen hältst du. Ich wurde gesnipet von der Craver. Wusstest du das? Verdient. Das ist nicht recht nett. Ah, Mann. War es eine Craver oder war es eine Sension? Ich bin mir nicht sicher. Was habe ich für einen Helm? Nein, es könnte eine Craver gewesen sein. Der hat eine Ult. Die brauchen wir jetzt nicht. Wir können Ulten. Nein. Nein. Wir holen uns jetzt erst das Care-Package. Bevor wir das Care-Package nicht geholt haben, holen wir uns nichts anderes und ulten auch nicht. Und dann ulten wir, wenn wir das Care-Package in uns aufgesogen haben. Verstehst du das? Aua. Mann, warum trifft der denn so gut? Der nervt mich. Eine Rampage. Was ist denn wie eine Rampage? Das ist ja mega abartig. So, wo können wir jetzt hier ulten? Dahinter. Wir sollten unser Norbert dorthin verlegen. Ah. Okay. Go, go, Power Rangers. Drei, zwei, eins. Wuhu. Pschsch. Wohin? Ja, das ist eine gute Frage. Zone. Ja. A Care-Package. Hahahaha. Eine Craver. Eine Craver. Nee. Oh nein, da oben sind alle, die haben eine gute Zone-Position. Das heißt, wir könnten die eigentlich Geld geben, weil die müssen ja langfristig gesehen, müssen die hier in die Zone. Richtig. Oh, da bin ich jetzt komplett lost. Das habe ich schon richtig verstanden. Ja. Weil ich harschhaft kombiniert. Dann ist der ja schnell ein Denker. Genau. Ja. Hä? Ja, genau. Lass mir die wieder angeschmuddelt. So, warte. Nein. Nein. Nimm die, Lilian. Willst du, willst du nicht? Doch. Hier. Da kriegst du einen schönen Scan. Oh ja, danke. Oh nein. Oh nein. Warum hast du das Go-Fund gemacht? Hatschi! Oh, Gesundheit. Hier, hier, bei mir, bei mir, bei mir. Ich habe nichts getroffen, weil du ausjuckst. Warum immer dann? Warum immer in der Situation? Ich habe sie mal eine Ult, ich habe sie mal eine Ult, ich habe sie mal eine Ult. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam. Entschuldigung. Was war es mit dir falsch? Ich bin hier gerade im Rage-Modus. Ah. Das ist böse mit zweimal mehr. Ja, tatsächlich, ich habe es doch gesagt. Oh oh. Du hast gar nichts gesagt. Du hast keine Ahnung. Luis, konzentriere dich. Hier ist ein Oma. Direkt neben mir. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Du bist wirklich ein undankbarer Bengel. Ja, das bin ich. Ja, aber wirklich. Dann bin ich dankbarer. Alter, du musst ein bisschen backupen, ja genau. Okay, okay, okay. Hier, komm, ne, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Du musst jetzt ein bisschen klarktaktisch spielen. Achtung, von links kommt der. Einer down, ganz wichtig. Ganz wichtig. Achso, hast du schon. So, zweiter down. Ha, 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 ha. Uh, 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 uh. Wo ist der? Wo ist der? Bam! 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 Ja! Oh, ja, let's go. Okay, was ist das? Junge, diese Runde. Was ist falsch mit dir? Aber der toht. Ihr seid die Apex Champions. Rot euch nicht darauf aus. Junge. Ähm, ja gut. Okay. Ich habe keine Erklärung dafür. Ja, ich weiß auch nicht, was mit dir falsch war. Hey! Es war witzig. Komm, kann man nichts sagen. War eine gute Runde. Alright, Leute. Wenn euch diese komplett gestörte, geisteskranke und absolut bescheuerte Runde gefallen hat, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Ich weiß nicht, was passiert ist. Völlig egal. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Und ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020